Grüß Gott und herzlich willkommen zur vierten und letzten Online-Lektion zu den Grundfragen des Mathematikunterrichts. Heute schließen wir den Blog zur methodischen Gestaltung ab, machen aber auch noch mal einen Schlenker zu den Lernvoraussetzungen. Im ersten Teil des Videos wird es um Dinge im Unterricht gehen. Wenn Ihnen das zu umgangssprachlich ist, können Sie dann meinethalb auch schon direkt an Medien, Instrumente und Werkzeuge oder ganz konkret an Tafel, BIMA, Arbeitsblatt, Schulbuch und so weiter denken. Im zweiten Teil soll es dann um sinnvolle Wege der inneren Differenzierung im Mathematikunterricht gehen. Das ist also dreigeteilt. Erstmal wollen wir wissen, wieso denn differenziert wird, müssen also etwas zur Heterogenität erfahren. Dann unterbreche ich das Video und Sie lesen sich Kurzbeschreibung zu vier möglichen Prototypen der Differenzierung durch. Danach lassen Sie dann das Video weiterlaufen, beantworten zwei kurze Fragen zum Text und ich erläutere ein wenig, warum und wofür diese Differenzierungsformen denn dann sinnvoll sein könnten. Doch zunächst einmal wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was es für die methodische Gestaltung des Mathematikunterrichts bedeutet, dass neben Lehrenden und Lernenden Klassenzimmer in der Regel auch eine Reihe von Dingen aufzufinden sind. Nämlich alphabetisch geordnet und ohne Anspruch auf Vollständigkeit unter anderem Alltagsgegenstände, Arbeitsblätter, Bastelbögen, Bücher, Computer, Experimentiermaterial, Hefte, interaktive Tafel, Modelle, OHP, Plakate, Sessel, Spielmaterial, Tische, Wandtafel. Nun wird man diese Dinge in der Regel je nach ihrer Funktion dann als Medien, Materialien, Werkzeuge, Instrumente oder Artefakte bezeichnen. Artefakt wäre jetzt so ein Ding, wo ich den Zweck nicht wirklich kenne. Medium ist ein Ding, über das Kommunikation vermittelt wird. Tafel und Buch gehören da mal sicher dazu. Werkzeug und Instrument meint, wenn Sie nach Wikipedia gehen, eh dasselbe. Wenn Sie jetzt etwas tiefgründiger kulturhistorisch schauen, werden als Werkzeuge eher die Dinge bezeichnet, die zur Herstellung anderer materieller Objekte benötigt werden. Als Instrumente tendenziell eher die Dinge, die die Menschen benutzen, die einer geistigen oder musischen Tätigkeit nachgehen. Nun stellen wir uns Mathematiktreiben ja oft auch als eine eher geistige Tätigkeit vor. Demnach wären Taschenrechner, Zirkel, Lineal und mathematische Software dann eher als Instrumente zu bezeichnen. Dazu sagen, tun die meisten Mathematikdidaktiker, aber eher Werkzeuge, was man schon auch okay finden kann, weil die in gewisser Weise ja auch Mathematik mehr oder minder materiell oder plastisch am Blatt oder als Modelle greifbar machen. Beim Schulbuch würden Sie wahrscheinlich am ehesten von einem Medium reden. Darüber wird Kommunikation vermittelt. Es gibt aber auch eine relativ einflussreiche Forschungsarbeit aus dem deutschsprachigen Raum, die aus meiner Sicht völlig zu Recht das Schulbuch als Instrument in der Hand des Schülers bzw. der Schülerin untersucht. Nicht näher ansehen wollen wir uns im Folgenden die Anordnung des Mobias in Klassenzimmern. Obwohl ich dem Herrn Röhl, von dem ich diese Abbildung habe, ausdrücklich zustimmen möchte, der in seiner sehr lesenswerten Doktorarbeit mit dem schmucken Titel Dinge des Wissens, davon spricht, dass auch diese Ordnung des Mobias letztlich die Ordnung des Unterrichthaltens figuriert, also dem Unterrichthalten eine ganz bestimmte Form und Gestalt gibt. Wenn Sie jetzt ein wenig rumgoogeln, könnten Sie außerdem auf eine Studie mit dem sehr interessanten Titel, ich zitiere, Wirkung bewegungsinduzierender Sitzmöbel im Unterricht auf die Lösungsfähigkeit bei Algebra und die Befindlichkeit stoßen. Hier wäre aber doch auch wieder mein Eindruck, dass spezielle Sitzmöbel womöglich schon einen Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden der Lernenden und auch auf die Lernhaltung und dann auch auf die Lernerträge haben können. Die Vermutung, die die Studie übrigens auch nicht empirisch erhärten konnte, dass die Sitzmöbel jetzt speziell für Mathematikunterricht hilfreich sind, ja sogar ganz speziell für Algebraunterricht, die kommt einem aber doch wieder eher absurd vor. Ich nehme aber an, die Forscherinnen und Forscher haben da jetzt dann zumindest relativ bequeme Möbel in ihren Büros als ein Ergebnis herausbekommen. Die weitere Sitzmöbeldebatte überlasse ich dann aber lieber den Kolleginnen und Kollegen aus den bildungswissenschaftlichen Grundlagen und komme zu den Medien. Hier haben Sie mal so eine Übersicht und sehen schon, dass Barzel und Co. hier das etwas anders handhaben und einfach mal alle möglichen Dinge als Medium bezeichnen. Nicht nur die Dinge, die mittelbar oder unmittelbar der Kommunikation dienen, sondern auch alles, was zur Erarbeitung von Inhalten eingesetzt wird, sei es in materialer Form, also Alltagsgegenstände, Modelle, Bücher, Bastelbögen oder sei es in digitaler Form, also Software verschiedener Art, die über Hardware verschiedener Art dann auch wieder als materialer Gegenstand im Unterricht vermittelt auftritt. Erheblich interessanter, als wie man jetzt genau die Dinge hier klassifiziert und in mehr oder weniger instruierende Tabellen einsortiert, ist aber eher wieder die Frage, wozu braucht man das, beziehungsweise wozu nehmen wir das denn im Unterricht? Barzel und Co. geben uns da einige Leitfragen mit, ich würde mal sagen, etwas unterschiedlichem Gehalt an die Hand. Da steht zunächst mal, ein Medium muss zum Inhalt passen, wobei man da jetzt dann sagen sollte, was das eigentlich meint, nicht wahr? Sonst ist das ein bisschen gehaltlos. Mathematik gilt ja zum Beispiel mal als etwas, das irgendwann Material erscheinen soll, zum Beispiel aufs Papier gebracht oder gezeichnet, als Modell hergestellt. Da würde man dann jetzt sagen, so Mathe, rein auditiv, zum Beispiel als Podcast, ist vermutlich nicht so genial. Man kann aber auch aus dieser Not dann wieder eine Tugend machen und sagen, naja, gerade dadurch, dass ich alles Visuelle weglasse, zwinge ich die Leute ja zum besonders intensiven Nachdenken und dabei bleiben. Also könnte vielleicht sogar so ein Podcast mal in der Mathematik interessant sein. Es gibt auch tatsächlich einige Mathematikdidaktiker, die da Vorschläge gemacht haben, die in diese Richtung gehen. Die nächsten zwei Punkte sind dann eher selbsterklärend. Jedes Medium kann einerseits Aufmerksamkeit fokussieren und erhöhen, aber immer eben auch auf unwichtige Dinge ablenken. Das ist schon ganz banal an der Tafel. Ein gezielter Einsatz, sparsamer Einsatz vom farbiger Kreide, unterstützt, fokussiert. Wenn Sie da jetzt jeden Buchstaben in einer neuen Farbe malen, dann lenkt das auch wieder nur ab. Die letzten beiden Punkte sind da so, wie Sie da stehen, etwas kryptisch. Hier ist jetzt mit Handlungen immer eher das geistige Tun gemeint, also eben diese Grundformen mathematischen Arbeitens, die wir schon kennengelernt haben. Begriffe bilden, Probleme lösen, Modell bilden und so weiter und so fort. Und mit den Tätigkeiten ist dann das, was man ganz konkret mit dem Medium tut, gemeint. Also es lesen, wenn es ein Buch ist, mit ihm Rechnungen lösen, wenn es zum Beispiel ein Taschenrechner ist oder an ihm etwas präsentieren, wenn es ein Flipchart oder eine Tafel ist. Und da sollen eben diese Tätigkeiten, müssen zu den Denk- oder überhaupt mathematischen Handlungen passend sie unterstützen. Danach soll man schauen. Was können nun aber einzelne Medien mehr oder weniger gut? Auch hier blätter ich das Nicht-Mathematik-Spezifische bei den Medien mal etwas flotter durch und komme dann zum Schulbuch und den digitalen Medien, wo die Fachlichkeit des jeweiligen Mediums bzw. des Instruments oder Werkzeugs, haben wir ja uns noch nicht genau festgelegt, was jetzt so ein Schulbuch oder was digitale Medien sind, sind das eigentlich nur Medien oder sind das auch Werkzeuge? Also da ist die Fachlichkeit auf jeden Fall beim Schulbuch und bei so Software in der Regel höher ausgeprägt, als wenn es jetzt um die Frage geht, Kreidetafel oder doch Oberheadprojektor oder doch ein Arbeitsblatt. Also die machen wir ein bisschen schneller. Der Klassiker ist mal die Kreidetafel. So ein Whiteboard erfüllt im Wesentlichen denselben Zweck, führt halt zu weniger Verschmutzung und Sie können halt an den Stiften schnüffeln und haben dann vielleicht ein psychedelisches Erlebnis. Aber ansonsten könnte da auch Whiteboard stehen, hat genau dieselben Zwecke, hat genau dieselben Vor- und Nachteile. Mathematikerinnen und Mathematiklehrerinnen nehmen diese Tafel halt ganz gerne, weil man daran viel Platz hat, um nach und nach so Gedankengänge zu entwickeln. Man kann da auch interaktiv so Vorschläge sammeln und die Teile brauchen halt weder Strom noch Updates, sind also vergleichsweise zuverlässig, außer es spielt Ihnen jetzt einer einen Streich und schmiert da die Kreidetafel komplett voll mit Cola und dann können Sie die nicht mehr abwischen. Das kommt eh nur in schlechten Filmen aus den 70er Jahren vor. Gestalterisch aufwendige Dinge sind dann nicht so ideal, erst an einer Tafel zu entwickeln. Die sollte man vielleicht schon fertig mitbringen, weil das ist einfach zeitaufwendig und Sie stehen auch die ganze Zeit mit dem Rücken zu den Lernenden und Sie müssen sich außerdem klar machen, dass das Abschreiben von der Tafel ja nicht nur Zeit kostet, sondern eben auch relativ fehleranfällig ist. Es ist da leichter, auf den Schulbuchtext zu verweisen oder irgendein vorbereitetes Handout auszuteilen. Wer jetzt so ein Smartboard hat, also so eine intelligente Tafel oder vielleicht auch nur eine gescheite Handykamera, könnte ja prinzipiell alle Tafelbilder abspeichern und dann den Lernenden zur Verfügung stellen. Jetzt hat aber dieser Herr Röhl festgestellt, dass in so Klassen, wo es so Smartboards gibt, das trotzdem nicht gemacht wird, weil es da auch so eine implizite Lerntheorie gibt, dass man sich das halt einfach besser behält, wenn man es sich mal selbst aufgeschrieben hat. Das ist aber wieder empirisch eher nicht so gut belegt. Der Röhl argumentiert dann auch in seiner Dissertation, dass Lehrpersonen zum Teil einfach auch nicht wissen, wie sie die neu gewonnene Zeit nutzen sollen, wenn sie die Leute da nicht mehr abschreiben lassen. Und deswegen wird halt selbst bei Smartboards immer noch abschreiben gelassen. So, OHP, also Overhead Projektor, der ist jetzt etwas außer Mode gekommen. Das sind diese Dinger, wo man die Folien drauflegt und wo das Bild erstmal immer falsch herum ist, weil man immer überlegen muss, warum muss das da liegen? Wobei das eigentlich ganz einfach ist, wenn Sie da drauf gucken müssen, Sie das lesen können, dann können die Schüler das auch lesen. So eine Alternative bzw. eine gewisse Renaissance erfahren jetzt die Overhead Projektoren gerade im Moment in Form dieser sogenannten Visualizer oder Dokumentkameras. Da können Sie jetzt statt Folien auch einfach normales Papier drunterlegen und im Grunde genommen auch einfach mal ein Buch drunterlegen oder könnten sogar ein räumliches Modell darunter halten. Und die werden dann via Beamer, wo dann normalerweise ein Computer dranhängt, einfach an die Wand geworfen. Oder Sie können das auch noch durchschleifen am Computer. Dann können Sie die Sachen sogar noch aufnehmen, so wie ich das hier gemacht habe. Beziehungsweise das andere, die vorbereitete Folie, da ist im Wesentlichen als Ersatz dann natürlich PowerPoint, wo man sagen kann, naja, im Unterschied zu den Plastikfolien sind die halt bunter, sie haben mehr Animationen. Und das kann sinnvoll sein, muss es aber auch nicht. Und im Grunde genommen gilt da bei PowerPoint-Folien dafür, was gute PowerPoint-Folien sind, auch nichts anderes, als wie es schon bei Overhead Projektor und Plastikfolien gegolten hat. Und das steht hier auf der nicht PowerPoint, sondern LaTeX Beamer, aber auch elektronischen Folie, die Sie da gerade sehen. Echte, durchsichtige Folien sind aber immer noch ganz nett, manchmal im Mathematikunterricht. Wenn Sie jetzt beim Visualisieren halt so mehrere Ebenen übereinanderlegen möchten, also Sie haben da zum Beispiel von Schülerinnen und Schülern verschiedene Funktionsgrafen und jetzt wollen Sie gucken, wo stimmen die überein. Oder Sie haben so geometrische Puzzles, so bei Satz von Pythagoras oder so, wo Sie das so aufeinanderlegen und hin- und herschieben und so. Und das geht dann teilweise wirklich mit Folienausschnitten immer noch leichter, als wenn Sie da was am Bildschirm machen. Wobei das jetzt mit Touchscreens und so auch schon etwas leichter geworden ist. Dann haben wir noch das Arbeitsblatt, das so ein Stück weit auch die Alternative zum gleich noch folgenden Schulbuch ist. Schon mal so rein vom Handling und logistisch sind Arbeitsblätter etwas unsicherer als Schulbücher, weil man da halt schauen muss, dass die Lernenden die dann auch irgendwo gesammelt abheften. Zumindest dann, wenn das nicht reine Aufgabensammlungen sind, wo man meint, nach der Stunde ist egal, da können die auch im Papierkorb wandern. Arbeitsblätter können reine Informationsträger sein, da könnte also nur ein Bild oder eine Situationsbeschreibung drauf sein. Denken Sie mal an diese Kabeltrommel zum Beispiel. In der Regel werden Arbeitsblätter auch Fragestellungen enthalten, eventuell sogar so Platz gelassen, wo die Lösung reinkommt und man kann vielleicht sogar schon an dem Platz erkennen, wie viel Lösung braucht man. Das ist eh klar. Wichtig ist, was drauf ist, auf so einem Arbeitsblatt sollten Sie bewusst entscheiden. Besondere Sorgfalt ist dann, auf solche Arbeitsblätter zu verwenden, wo die in so aufwendigeren Methodensettings eingesetzt werden. Also wenn Sie ein Expertenpuzzle haben oder eine Lerntheke oder ein Stationenbetrieb oder ein Lernatelier. Weil da übernimmt ja dann gewissermaßen das Arbeitsblatt dann auch noch steuernde Funktionen, die sonst eigentlich traditionell die Lehrperson übernommen hat. Und dann enthält so ein Arbeitsblatt eben immer auch noch Metatext, wo beschrieben wird, wie die Schülerinnen und Schüler damit den Aufgaben verfahren sollen. Und der muss eben auch nochmal überlegt und ausformuliert werden. Offensichtlich ist es so, dass in Vorführstunden Arbeitsblätter in der Regel als das Mittel der Wahl der vorführenden bzw. vorgeführten Studierenden bzw. jungen Lehrpersonen darstellen. Da können sie sich halt kreativ so ein bisschen austoben, klauen ein paar lustige Comics aus der Google-Bildersuche und hoffen dann, dass so derlei aufgehübscht ist, dann dem schnöden Schulbuch auch irgendwie überlegen ist. Da erinnere ich aber nochmal ein bisschen an die bunten Hunde, die wir bei den Lerntheorien schon hatten. Und daran, dass eben bei Medien Aufmerksamkeit fokussiert und Aufmerksamkeit abgelenkt werden kann und das manchmal ganz dicht beieinander liegt. Also zu viel Kreativität in Arbeitsblätter stecken ist auch nicht sinnvoll. Was zählt, sind auch hier die inneren Werte. Also die Frage, sind jetzt diese Beispiele oder die Erklärungen, die da am Zettel oben stehen, im Mittel eigentlich besser oder stimmiger zusammengestellt als die Dinge, die die Schülerinnen und Schüler ohnehin im Buch finden würden. Und wenn nicht, ja was soll denn die ganze Zettelwirtschaft? Das muss man sich dann schon fragen. Wir sind beim Schulbuch angelangt, das in der Didaktik traditionell eigentlich noch nie so einen herausragenden Ruf hatte. Und jetzt mit der ganzen Digitalisierung wird das auch nicht gerade besser. Als der Herr Otte 1980 das Schulbuch als das ökonomischste und im Sinne der Informationsdichte optimale Lernmittel bezeichnet hat, war das damals schon so ein bisschen eine Außenseiterposition in der Didaktik. Und heute werden Ihnen halt die Digital-Euphoriker dann auch noch einen von Open Educational Resources und so weiter erzählen. Es bleibt aber auch heute noch Fakt, dass es wohl nirgends im deutschsprachigen Raum im nennenswerten Umfang an Regelschulen Mathematikunterricht gibt, in dem Schülerinnen und Schüler nicht auch über ein Schulbuch verfügen. Das ist also eh da. Dann kann man auch schauen, wozu man das brauchen kann. Das mulmige Gefühl, was so Fachdidaktiker halt haben, wenn es um Schulbücher geht, ist, dass diese Schulbücher aus Sicht verschiedener Stakeholder und Lobbygruppen in unterschiedliche Rollen gedrängt werden und dann am Ende immer so Kompromisslösungen rauskommen, wo Fachdidaktiker dann sagen, der Kompromiss ist eigentlich faul. Dass Schulbücher Marktartikel sind, heißt im Kern, dass sie sich als Schulbuchautorin noch so ein didaktisch wert- und sinnvolles Konzept überleben können, wenn die Lehrpersonen das in der Breite nicht für gut befinden und das Buch nicht kaufen beziehungsweise zur Anschaffung für die Schüler vorschlagen, dann gehen sie sich brausen, weil dann stellt der Verlag das Buch ein oder druckt das überhaupt gar nicht. Das Schulbuch als politisches Instrument meint, dass hier neben sowas wie Lehrplänen, Standards und zentralen Prüfungen durch die staatliche Genehmigung von Schulbüchern eine weitere Möglichkeit besteht, auf das sogenannte Potentially Implemented Curriculum, also das wahrscheinlich umgesetzte Curriculum, wahrscheinlich umgesetzter Lehrplan, Einfluss zu nehmen. Also die Lehrpersonen nochmal an einer Stelle ein bisschen zu natschen oder zu steuern. Wobei man munkelt, dass diese Genehmigungsverfahren für die Schulbücher in Österreich eher so leicht zahnlose Tiger sind. Pädagogisches Instrument, da würde man ja jetzt sagen, das ist eh das Wichtigste und vielleicht Intentionalste an so einem Schulbuch, soll im Unterricht eine Menge Funktionen übernehmen. Resat nennt damit Verweis auf den Stand der Forschung folgende Funktionen, Strukturierung, Repräsentation, Steuerung, Motivierung, Differenzierung, Übe- und Kontrollfunktion. Was dem Herrn Resat dann aufgefallen ist, ist, dass das im Wesentlichen Lehrfunktionen sind. Also eigentlich immer einen von der Lehrperson zumindest gesteuerten Einsatz des Schulbuchs voraussetzt. Wie schaut es aber mit den Lernfunktionen, also mit den Lernenden aus? Verwenden die das Buch denn gar nicht alleine? Tatsächlich ist es so, dass die vielleicht wichtigste Verwendungsweise des Schulbuchs im deutschsprachigen Raum die Unterrichtsvorbereitung der Lehrpersonen ist, wobei das Buch dann wohl auch im Unterricht selbst als Beispielquelle etc. eingesetzt wird. Resat konnte auch feststellen, dass es zumindest auch vereinzelt Lernende gibt, die versuchen, mit Schulbüchern ihre fachlichen Lücken so in Eigenarbeit, im Wesentlichen außerhalb vom Unterricht, zu schließen. In der Forschung vor Resat war das aber im Prinzip was, was sich die Mathematikdidaktiker nicht so wirklich angesehen und wofür die sich auch nicht so interessiert haben. Wichtig sind die Schulbücher dann wieder, aber das hatten wir ja eh schon bei der politischen Rolle, nämlich als ein Instrument der Schuladministration, nämlich das wesentliche Instrument zur Umsetzung von Innovationen. Wenn Sie da so einen neuen Lehrplan oder neue Standards oder eine Zentralmatura einführen, das funktioniert nicht, wenn sich die Schulbücher nicht ändern. Deswegen müssen dann immer ganz rasch neue Schulbücher her und um es mal so zu sagen, wie es häufig ist, sind die zumindest oberflächlich dann so angepasst, dass das so ausschaut, als würden die zu den neuen Anforderungen passen. Nur dann ist nämlich die Schuladministration glücklich und wird das auch genehmigen. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, merkt man dann oft, dass das so ein bisschen oberflächlich ist und sich da weniger geändert hat, als man sich didaktisch vielleicht wünschen würde. Was sich der Herr Resat da noch angesehen hat, war die Struktur von so Schulbüchern. Der konnte da einen frappierend ähnlichen Aufbau über fast alle Lehrwerke in Deutschland hinweg feststellen und der trifft so nahezu eins zu eins auch auf österreichische Schulbücher zu. Die Mesostruktur betrifft den Aufbau größerer Abschnitte. Ich zeige Ihnen da gleich zum Beispiel so ein Teil in einem Schulbuch zum Kapitel Trigonometrie. Da gibt es am Anfang oft eine Einführungsseite oder zumindest so einen kurzen informierenden Absatz, um was das im Folgenden thematisch geht. Der ist dann oft gepaart auch schon mit einer ersten Aktivität oder Problemstellung. Da kommt so die eigentliche Lerneinheit, in der mathematische Inhalte so Stück für Stück erarbeitet werden. Geschlossen wird häufig mit so Themenseiten, wo dann vielleicht was Historisches oder eine aufwendige praktische Anwendung vorgestellt wird. Die Seiten behandelt man regulär im Unterricht dann eher nicht. Die dienen also nicht mehr der Erarbeitung von Stoff, aber es könnte zum Beispiel so Grundlage sein für ein nettes Referat von Lernenden. Noch etwas spannender ist dann die Mikrostruktur, wo es jetzt um einzelne Teilthemen geht und wo man den meisten österreichischen Schulbüchern ein fast sklavisches Folgen entlang der von Resat festgestellten typischen Struktur attestieren kann. Es wird erstmal eine Einstiegsaufgabe gestellt, häufig auch aus einem Kontextproblem heraus. Dann wird entweder genau diese Aufgabe oder eine sehr ähnliche Aufgabe komplett mit Lösungsweg angeführt. Es folgen dann weitere, immer noch relativ ähnliche Aufgaben, die das Thema aber so ein bisschen weiter öffnen, neue Aspekte hinzunehmen. Und dann fasst ein Lehrtext in der Regel nochmal zusammen, was jetzt gerade erarbeitet wurde. Das Wichtigste wird dann in einen Kasten als Merksatz hereingegeben. Dominiert werden Schulbücher durch Aufgaben. Es gibt Musterbeispiele, die einen Rechenweg vorstellen. Es gibt Übungsaufgaben, die die korrekte Ausführung desselben verlangen und für Unterricht und Hausübungen gedacht sind. Es gibt Testaufgaben, mit denen Lernende ihr Wissen selbstständig kontrollieren können. Und es gibt Aufgaben zur Wiederholung, die noch einmal alte Themen aufgreifen. Dabei dominieren in Schulbüchern in ganz erheblichem Umfang Routineaufgaben operatives Rechnen, für das die Schulbücher dann Verfahren einführen. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls Resat, der den Schulbüchern eine sogenannte aufgabendidaktische Orientierung nachsagt. Schulbücher sind ganz wesentlich Anleitungen zum Lernen des Lösens spezifischer Probleme auf im Wesentlichen vorgegebenen Lösungswegen. Und sie präsentieren Übungsmaterial für das Training dieser vorgegebenen standardisierten Routine-Lösungsverfahren. Das hat auch Katja Kaganova festgestellt, die sich speziell die Lehrtexte in so Schulbüchern angesehen hat und auch da wieder feststellen konnte, dass da im Wesentlichen instrumentell orientierende Anleitungen enthalten sind. Es wird ihnen also erklärt, in einer für den Anfänger dann oftmals gar nicht einfachen Sprache, wie gewisse Dinge in der Mathematik genannt werden und wie die Verfahren funktionieren. Das Warum, das Relationale, ist wieder ganz stark ausgeblendet. Jetzt denken Sie vielleicht so heimlich, passt mir eh, mehr will ich sowieso nicht, müssen ja die Schüler auch nicht so stressen. Ich kann da nur an Ihr mathematikdidaktisches Gewissen appellieren und sagen, das hat schon auch seinen Wert, dass man Verfahren lernt und dass man die einübt und trainiert. Aber im Mathematikunterricht muss es auch um relationales Verstehen gehen. Und es müssen neben dem Rechnen und Operieren auch andere Grundformen mathematischen Arbeitens angemessen repräsentiert sein. Das sieht im Übrigen auch der Lehrplan und der Gesetzgeber so. Ich zitiere da mal kommentarlos wortwörtlich. Ein konstruktives Verhältnis der Schülerinnen und Schüler zur Mathematik soll gefördert werden. Verständnisvolles Lernen ist ein individueller, aktiver und konstruktiver Prozess. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht Konsumierende eines fix vorgegebenen Wissens, sondern Produzierende ihres Wissens mit Betonung auf aktives Erarbeiten erforschen, darstellen, reflektieren. Mathematische Begriffe und Verfahren werden durch die eigenen Aktivitäten von den Schülerinnen und Schülern in ihr Wissenssystem eingebaut. Keinesfalls darf der Unterricht auf das Erlernen von Verfahren und Fertigkeiten beschränkt werden. Und zu Schulbüchern im Speziellen heißt es dann noch, diese seien Hilfsmittel für Teilaufgaben des Unterrichts und zur Sicherung des Unterrichtsertrags. Und, was im Mathematikunterricht vermutlich oft einfach hinten runterfällt, Schulbücher sollen in allen Schulstufen fachspezifisch Leseleistungen verbessern helfen. Da haben viele Schulbücher dann aber noch ein gutes Stück des Weges vor sich, bis sie das wirklich leisten. Es ist nun in den letzten 10, vielleicht auch 20 Jahren, auch unter dem Einfluss von PISA, Standards und Matura, da wohl ein bisschen was passiert, insbesondere was Aufgaben angeht, die nicht einfach nur Verfahren abprüfen, aber insgesamt können wir wohl Bärbel Barzel und Co. zustimmen, wenn die behaupten, dass man traditionell die Funktion des Schulbuchs für die Hand der Lernenden im Kern als Aufgabenreservoir und eventuell noch als Nachschlagewerk gesehen hat. So etwas wie Schülerarbeitsbücher, Workbooks, die man in anderen Fächern jetzt zum Beispiel aus dem Englischunterricht ja durchaus kennt, hätten aber durchaus auch ihren Reiz für Mathematikunterricht, insbesondere für so Phasen eigenständiger Arbeit der Lernenden mit dem Schulbuch. Das ist als Aussage jetzt vielleicht nicht hundertprozentig uneigennützig, weil die Frau Barzel mit einigen Kollegen dann auch an einer innovativen oder sogar visionären Schulbuchreihe arbeitet, die Mathe-Werkstatt heißt, und die dann auch versucht, in diese Richtung vorbildlich zu sein, wo da auch wieder so ein bisschen Schulbuch als Marktartikel ein Problem darstellt. Aber wir werfen da mal einen Blick rein. Jetzt mal zunächst mal in das Schülermaterial. Da sehen Sie schon, das richtet sich auch so an so typischen Artikulationsschemata von Unterricht aus. Sie haben hier Erkunden, Ordnen, Vertiefen. Im konkret hier abgebildeten Beispiel ist das Erkunden allerdings so ein bisschen anders zu verstehen. Da erkunden Lernende zunächst mal, wie fit sind sie eigentlich individuell im Darstellen und Rechnen an der Stellenwerttafel. Und im Bereich Ordnen, da finden Sie dann diese schon aus der Präsenzsitzung bekannten Kompetenzchecker, wo Lernende halt schauen sollen, was sie schon können und wo ihre Probleme liegen und wo ihnen dann hier in dieser rechten Spalte, wo geht es weiter, gesagt wird, wo sie jetzt individuell weiterarbeiten können, wenn sie zum Bereich Vertiefen kommen, wo dann hoffentlich jeder und jede etwas auf seinem oder ihrem Niveau findet, wo sie einfach gut weiterarbeiten kann. Die Aufgaben gehen dabei dann auch oft nochmal ganz konkret an die relationalen Verständnisgrundlagen heran. Trotzdem, was wir bislang gesehen haben, ging dann doch auch wieder stark auf das Lernen von Verfahren. Es war halt sehr viel geschickter organisiert und eben so aufbereitet, dass es sich auch für Phasen individualisierenden Lernens eignet. Aber ist es das dann schon mit der Innovation oder Vision bei der Mathewerkstatt gewesen? Nein, denn in diesem eigentlichen Lehrwerk, jetzt nicht im Schülerarbeitsbuch, werden dann die Begriffe erkunden, ordnen, vertiefen, dann doch auch wieder in dem Sinn verwendet, wie wir sie eher bei den Artikulationsschemata kennengelernt haben. Neue mathematische Inhalte werden zunächst divergierend erkundet, dann geordnet und schließlich vertieft und geübt. Hier wird insbesondere bei den Erkundungen erkennbar hoher Wert darauf gelegt, anregende Lernsituationen präsentieren, die die Lernenden zur Kommunikation und zum Entdeckenden, beziehungsweise wenn sie halt kein Platonist sind, sagen sie, erfinderisch-kreativem Lernen anregen sollen. Doch verlassen wir die schnöde Welt der Bücher und werfen wir einen Blick auf die moderne Welt der digitalen Medien. Für Mathematikunterricht geht es da vor allem um drei Typen von speziell für Mathematik, beziehungsweise Mathematikunterricht, produzierter oder eben besonders interessanter Software. Da sind zunächst mal Tabellenkalkulationsprogramme, die ursprünglich eher so aus dem Bereich der Buchhaltung in den Unternehmen kommen, die sich aber auch einerseits in der Statistik dafür eignen, deutlich größere und damit potenziell interessantere und authentischere Datensätze sich anzuschauen, da Kennzahlen zu berechnen für die und statistische Grafiken zu erstellen. Und andererseits haben sie dann ja so zellabhängiges Weiterrechnen, das eignet sich besonders gut für so iterative Verfahren, rekursive Berechnungen, wobei das dann auch dynamisch funktioniert. Ich zeige Ihnen jetzt mal wieder ein Beispiel, am anderen Rechner aufgenommen, deswegen ist der Ton wieder ein bisschen anders. Ein mögliches Beispiel wäre sowas wie Annuitäten darlegen. Da haben Sie jährlich eine bestimmte Zahlung. Nehmen wir mal an, wir haben ja eine Anfangsschuld von 100.000 Euro. Sie wollen jährlich 10.000 Euro zahlen und Sie haben einen Zinssatz von 5 Prozent. Wichtig ist erstmal, die Zahlung muss natürlich höher sein als das, was beim Zinssatz rauskommt. Sehen Sie da aber, im ersten Jahr haben Sie halt 5.000 Euro Zinsen und 5.000 Euro zahlen Sie zurück. Und dann können Sie ausrechnen, was ist die Restschuld. Die Restschuld geht jetzt wieder in das erste Jahr rein und dann geht das wieder so weiter. Und jetzt kann ich hier eben hingehen, wie das so typisch ist in Excel. Ich markiere diese Zelle und ziehe das jetzt runter und schaue mal, wann ich dann fertig bin. So und dann sehen Sie jetzt hier, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Da haben wir dann schon eine Restschuld negativ. Das heißt, hier bleiben überhaupt nur noch 2.000 Euro Restschuld übrig. In diesem Jahr sind dann gar keine, im 15. sind keine 10.000 Euro mehr zu zahlen, sondern einfach eben nur diese 2.000 Euro. So, jetzt kann man auch sagen, man möchte rauskriegen und das wäre dann schon relativ schwer mit einer Formel zu berechnen. Wie kann ich eigentlich die Zahlungshöhe festlegen, sodass ich schon nach zehn Jahren fertig bin? Und da gibt es eben in Excel so ein Tool, das findet sich hier unter der Was-wäre-wenn-Analyse und das nennt man Zielwertsuche. Und das ist sehr mächtig. Da haben wir jetzt hier die Zielzelle. Der Zielwert, den wir da gerne hätten, wäre 0. Und jetzt müssen wir noch sagen, was dürfen wir verändern? Wir könnten jetzt sagen, der Zinssatz soll halt so sein, dass das nach den Jahren passt. Das ist aber ein bisschen unrealistisch. Oder wir könnten auch die Anfangsschuld ändern. Das ist aber auch nicht unsere Problemstellung. Hier müssten wir das so ändern, dass die jährliche Zahlung sich ändert. So, jetzt müssen wir gucken, in welcher Zelle steht die. Hier steht die. Gut, jetzt haben wir es also. Nach zehn Jahren 0 als Zielwert und veränderbar ist die Zahlung. Schauen wir mal, was er da macht. So, da rechnet er ein bisschen rum. Da sagt der Zielwertsucher hat eine Lösung gefunden. Zielwert 0. So, jetzt sehen Sie hier noch, da sind hier so komische Dings. Das liegt an der Länge. Hier, jetzt mache ich das so ein bisschen breiter, dann sehen Sie, hier passt alles. Sie müssten also 12.950 Euro und 46 Cent zahlen. Dann ist das tatsächlich so, dass Sie nach genau zehn Jahren auf 0 Euro sind. Ja, und das ist ein gutes Beispiel für dieses iterative und dann auch dynamische Rechnen. Dynamisch eben in dem Sinn. Ich könnte auch sagen, was passiert denn, wenn ich jährlich sogar 20.000 Euro zurückzahle? Dann bin ich halt entsprechend schon deutlich früher fertig. Da sehen Sie, da wird das hier schon negativ. Das heißt, da bin ich eigentlich dann bereits in dem sechsten Jahr fertig. Gut, das wäre mal das Beispiel gewesen. So, dann hätten wir als nächstes Funktionsplotter. Das zeige ich Ihnen jetzt nicht. Das ist im Wesentlichen selbsterklärend. Sie geben Funktionsterm ein und dann sehen Sie das Bild des Graphen. Und üblicherweise können Sie dann auch zoomen oder hin und her schieben und so weiter. Und manchmal können Sie dann auch noch so Hochtiefpunkte anzeigen lassen und sowas. Interessanter sind CAS, also Computer-Algebra-Systeme. Das sind so aufgemotzte, hochgradig programmierbare Taschenrechner, die so ziemlich jedes Rechenverfahren Ihrer Schulzeit inklusive dem Lösen von Gleichungen und Gleichungssystemen und dem Ableiten und dem Integrieren und noch viel mehr beherrschen. Außerdem, und das macht den besonderen Reiz aus, rechnen die eben symbolisch. Das heißt, Sie können da auch Ausdrücke vereinfachen und Gleichungen lösen, in denen jetzt noch Buchstaben als Parameter oder Formvariablen enthalten sind. So, auch hier zeige ich Ihnen jetzt wieder am anderen Rechner ganz kurz ein Beispiel. Gut, ein CAS wäre zum Beispiel auch in dem GeoGebra eingebaut. Schauen wir uns erstmal an, was der kann, was auch ein normaler Taschenrechner kann. So, ganz normale Rechnung, 4 hoch 0.5. Ja, das ist Wurzel aus 4. Schauen wir mal. Ja, ist die 2, haut hin. 3 plus 3 mal 4 minus 5. Jetzt habe ich 3 plus 3 plus 4 plus 5 getippt. Egal. 3 plus 3 mal 4 minus 5. So, ich wollte Ihnen nur zeigen, der rechnet das auch richtig. Der rechnet 3 plus 3 mal 4 ist 12, sind 15, minus 5 ist 10. Das heißt, beachtet auch die Vorrangregeln und so. Gut, jetzt kommen die interessanteren Sachen. Wir könnten zum Beispiel mal trippen A plus B hoch 2. Ja, da passiert jetzt erstmal nichts. Aber wir können das A plus B hernehmen und können sagen, ich hätte das jetzt gerne ausmultipliziert. Ja, und dann haben wir A plus 2AB plus B Quadrat. Jetzt können wir hier zum Beispiel auch Raute 4 wieder reinschreiben. Dann steht das da wieder. Sortiert er das hier noch etwas anders um. Das wollen wir aber nicht. Ich will Ihnen nur zeigen, das geht auch in die umgekehrte Richtung. Ich kann jetzt auch das wieder faktorisieren. Ja, dann steht wieder A plus B da zum Quadrat. Ich kann auch was ableiten. Ich nehme da immer, mein Lieblingsbeispiel ist 2Ax hoch 2. Und da weiß ich selber gerade noch, was die Ableitung ist, nämlich 4Ax. Schauen wir mal, ob er das auch weiß. Ja, weiß er, 4Ax passt. Das wird alles gehen. Integrale auch und so weiter. Das kann auch verknüpft werden mit den anderen Funktionen von GeoGebra, wo Sie ja dann auch noch Funktionen darstellen können und so weiter. Das schauen wir uns aber dann gleich an, wenn wir das Geometriefenster uns hier ansehen. Dann hätten wir noch dynamische Geometrie, wo man am Computerbildschirm manipulierbare Zeichnungen erstellt. Ähnlich wie bei Excel sind die dann dynamisch in dem Sinn, dass das Programm sich die Abhängigkeiten der Objekte untereinander merkt. Wenn Sie da einen Punkt als Mittelpunkt einer Strecke konstruieren, wird er immer der Mittelpunkt der Strecke bleiben, auch wenn Sie die Endpunkte der Strecke verändern. Schauen wir uns auch dazu ein Beispiel an. Hier hätten wir die Leitkreiskonstruktion der Ellipse. Das hier ist der Leitkreis und diese Punkte F und G sind jeweils die Mittelpunkte zwischen den Schnittpunkten mit dem Kreis und diesem Punkt hier, der sitzt auf dem Durchmesser des Kreises. Und Sie sehen, das bleiben auch immer die Mittelpunkte, wenn ich das hier so rüberziehe. Und jetzt hat man wohl schon die Vermutung, die könnten sich auf einer Ellipse bewegen. Und dafür gibt es jetzt eben diese Spuren oder Ortslinien. Ich mache hier mal eine Spur an. Das geht für jedes Objekt, wenn man etwas zieht, irgendwie durch die Gegend zieht, dann kann das immer eine Spur aufzeichnen. Da sehen Sie schon, das könnte wohl so eine Ellipse sein. Jetzt machen wir die Spur mal wieder aus. Da muss man immer mal so ein Stück zoomen, hin und her zoomen, dann ist die weg. Jetzt ist die wieder weg. Jetzt gibt es auch noch die Ortskurve. Die Ortskurve funktioniert so, wenn sich ein Punkt bewegt in Abhängigkeit von einem anderen Punkt, dann kann ich eine Ortskurve aufzeichnen. Und der Punkt F und der Punkt G, die bewegen sich hier offensichtlich in Abhängigkeit von C. Also sollte das da funktionieren. Jetzt muss man eben schauen. Aha, hier haben wir die Ortslinie. Wähle den Punkt zum Erzeugen der Ortslinie. Das wäre mein F. Und wähle einen Punkt, der da bewegt wird. Das ist hier das C. Also F und dann das C. Ortslinie F ist der Punkt, der sich bewegt. Und C ist der Punkt auf der Linie. Da haben wir die Ortslinie. Und jetzt machen wir das für das G nochmal genauso. Punkt, der die Ortslinie aufzeichnet, ist das G. Punkt, der bewegt wird, wird das C. Und da sehen Sie, jetzt haben Sie hier wunderbar unsere Ellipse durch die Leitkreiskonstruktion hergestellt. Ja, das ist so eine der Möglichkeiten. Was Sie auch schon sehen, Sie haben hier die ganzen Punkte als algebraische Objekte. Und wenn ich hier mal so ein bisschen rumscrolle, haben Sie hier auch die Geraden, die da eingezeichnet sind als algebraische Objekte. Und wenn ich hier oben das mal aufklappe, da haben Sie auch die Kegelschnittsgleichung. Ein Kreis A um A mit dem Radius 3 steht da zunächst mal. Und wenn ich da jetzt wieder rausgehe und das hier mal etwas breiter mache, dann sehen Sie aber auch, dass da eben diese algebraische Kreisgleichung da immer dasteht. Kann sich die Geradengleichung dann auch noch anders anzeigen. Das sind halt so die Besonderheiten jetzt bei dem GeoGebra, das noch deutlich mehr ist als ein dynamisches Geometrie, sondern eher ein dynamisches Mathematiksystem, wo eben eine sehr starke Verknüpfung dann auch mit den algebraischen und später dann auch mit den analytischen Darstellungen da ist. Gut, das wäre dann das Beispiel. So, jetzt haben wir also so ein bisschen gesehen, was da technisch geht. Die Frage ist jetzt wieder, wie setzen wir das im Unterricht ein? Und wofür kann das was? Didaktisch gesehen. Muss man jetzt auch wieder sagen, können wir hier in den Grundfragen natürlich eher nur grob andeuten, müssen wir ein bisschen drüber gehen, weil kommt ja danach auch noch was. Hier sind mal so prinzipiell die Einsatzmöglichkeiten, so nach steigendem Grad der Einbeziehung der Lernenden in den Einsatz oder in die Fähigkeiten, die sie zum Einsatz der Software brauchen, benannt. Also erstmal, die Lehrperson kann einfach alles selbst demonstrieren am Computer und Beamer oder Smartboard. Da braucht natürlich der Lernende dann gar nichts Wissen davon, wie man mit der Software umgeht. Dann kann man die Software, so wie ich das beim letzten Video da bei diesen Beispielen zum Problemlösen gemacht habe, so nutzen, dass man elektronische Arbeitsblätter vorbereitet, wo man im Grunde genommen auch die gesamte Arbeitsoberfläche der Software versteckt, sodass Schüler da eigentlich nur noch herumklicken und Zahlen eintragen oder andere Dinge manipulieren müssen. Da müssten also die Lernenden auch wieder eigentlich von der Software nicht viel verstanden haben. Etwas mehr müssten sie dann verstehen, wenn sie auch so Arbeitsblätter vorbereiten, aber den Lernenden auch noch Zugang zu den ganzen Funktionen, die in der Software drin sind, geben und die, die auch wirklich nutzen müssten, um dann bei dem Arbeitsblatt überhaupt zu einer Lösung zu kommen. Und schließlich geht es natürlich auch noch, dass man diese Programme eben wie so ein Taschenrechner als leeres Blatt benutzt, also gar keine Arbeitsblätter vorbereitet, sondern nur sagt, ihr dürft da jetzt halt auch was in GeoGebra eintippen, hernehmen, zeichnen und tun, wie ihr wollt. Das erfordert sicher die meisten Kenntnisse im Umgang mit dem Programm, ist also das anspruchsvollste vom technischen Know-how her, aber auch da kommt man nicht ganz dran vorbei, weil das ist mittlerweile sogar im Rahmen der Zentralmatura zulässig, dass die Schüler so eine Technologie benutzen. So, jetzt haben wir immer noch nichts zu Möglichkeiten und Grenzen von der Software gesagt, aber ich sehe schon, das geht hier wieder auf Minute 40, Minute 42 zu. Das mache ich jetzt etwas flotter, weil es kommt noch die ganze Heterogenität, die Differenzierung und länger als 70 Minuten will ich hier eigentlich nicht reden. Die Details stehen aber jeweils auf der Folie oben, das lesen Sie dann mit mehr Zeit und Muße nochmal eigenverantwortlich durch. Einerseits hofft man durch die Programme den Unterricht vom Eintrainieren von Algorithmen und Kalkülen etwas entlasten zu können, um dann eben wieder mehr Raum für Begriffsbildung, Problemlösen, Argumentieren, Modellieren zu schaffen. Und andererseits geht da auch ein Stück weit damit einher, dass man die genaue Funktionsweise dieser Algorithmen und Kalküle dann natürlich nicht mehr so gut kennt, also dieses Wie, das instrumentelle Verstehen, wird dann weniger, weil man die Sachen nicht so durchdringt, weil man ja sagt, ach, das macht dann der Computer. Und das kann manchmal ein Nachteil sein. Das Interaktive und Dynamische ist natürlich eine charakteristische Stärke der ganzen digitalen Repräsentation von Mathematik, aber das erfordert auch eine entsprechende Konzentration, die Dinge werden schneller und ich muss eine Idee davon bekommen, wo ich variieren und wo ich drauf schauen muss, sonst wird da nur wahllos herumgeklickst und man läuft Gefahr, irgendwie sich in diesen ganzen Bilderfluten zu ertränken. Das gilt dann auch wieder analog für den PC als Beispielgenerator. Aber Sie haben jetzt den Vorteil, Sie können sich sehr schnell sehr viele Beispiele von etwas erzeugen, sei es durch Variationen von Punkten im DGS, wo Sie dann ganz viele Dreiecke auf einmal haben, oder sei es durch das Herunterziehen von Zeilen in einer Tabellenkalkulation, also ganz viele Beispiele, wo Sie fragen können, was ist denn eigentlich bei allen Rechnungen gleich. Das hilft aber alles nichts, wenn Sie dabei die Übersicht verlieren. Durch Software wird es dann andererseits auch noch wieder möglich, die eher induktive, experimentelle Seite der Mathematik stärker zu betonen, also das Vermuten, das Begründen, das Tritt gegenüber dem Rechnen, Operieren und Reproduzieren in den Vordergrund. Damit kommt Unterricht dann tendenziell dem ein Stück weit wieder näher, was Mathematik auch als lebende Wissenschaft auszeichnet. Das ist natürlich sehr zu begrüßen, es macht aber, das muss einem klar sein, den Unterricht dann auch anspruchsvoller. So, den letzten Punkt hier, Medienkompetenzunabhängigkeit, den spare ich mir mal. Das finde ich auch schon im Positiven kein so gutes Argument, weil die Software, die man da einsetzt, ist dann doch häufig sehr auf Schulmathematik fokussiert und da erwirbt man doch relativ wenig Kompetenzen, die so auf die allgemeine Mediennutzung ohne weiteres übertragbar wäre. Wir wollen das hier mal mit einem Blick in die Lehrpläne abschließen. Um es kurz zu machen, ich lese das nicht alles vor. Sie kommen eigentlich um den Computereinsatz nicht herum, wenn Sie die Lehrpläne ernst nehmen. Weder in der NMS-AS-Unterstufe und erst recht nicht in den Oberstufen von AS und BHS. Da sollten Sie ihn sogar durchgehend einsetzen, weil schon deswegen, den Schülerinnen und Schülern, denen steht nachher diese Software im Rahmen der Prüfung, der Matura-Prüfung, der Zentralmatura-Prüfung zur Verfügung. Und da ist das natürlich ein erheblicher Nachteil für diese Schülerinnen und Schüler, wenn die nicht vorher dann auch damit gearbeitet haben und wissen, was geht damit prinzipiell. Den Nachteil sollten Sie Ihren Schülern möglichst ersparen. So, bevor es jetzt heterogen wird, dürfen Sie erst noch mal ein paar Fragen beantworten. Viel Erfolg! Willkommen zurück! Heterogenität. Was meint das insbesondere mit Blick auf Mathematikunterricht? Nun, nichts anderes als die Tatsache, dass sich Lernende unterscheiden. Und zwar hinsichtlich ganz verschiedener Dinge, die allesamt Einfluss auf den Mathematikunterricht nehmen können. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit können das zum Beispiel sein. Geschlechtsspezifische Unterschiede, herkunftsbedingte Unterschiede, sprachliche Unterschiede, Schwierigkeiten, affektive Hürden, Angst, unterschiedliche Motivation, unterschiedliches Interesse, verschiedene Denkstile. Verschiedene ausgeprägte Fähigkeiten im Bereich der Metakokposition und der Selbstregulation, also verschiedene Fähigkeiten, das eigene Denken und Lernen zu steuern und zu koordinieren. Über das normale Ausmaß hinausgehende Probleme mit dem Mathematikverständnis, das wäre das, was man Rechenschwächen nennt, wobei das kein guter Begriff ist, kommen wir gleich noch zu. Oder dann sowas wie sonderpädagogischer Förderbedarf, also Inklusion im Engeren, wo dann auch so körperliche Beeinträchtigungen dazu gehören werden, wie Sehbeeinträchtigung oder Hörbeeinträchtigung. Das ist jetzt der Teil aus Zeitgründen, spare ich den komplett aus. Wir schauen uns jetzt mal im Folgenden vor allem Gender-Unterschiede, sprachlich bedingte Hürden und diese mathematischen Verstehenshürden, also die sogenannten Rechenschwächen, etwas genauer an. Der Rest kommt dann im PPS II. Außerdem kommt das nochmal ganz genau im Masterstudium, wo es dann eine ganze Lehrveranstaltung nur zum Thema Differenzieren und Fördern gibt. Wir fangen jetzt mal mit Gender an. Gender deshalb, weil geschlechtsbeschädigische Unterschiede im Mathematikunterricht nach allem, was man heute so weiß, eher nicht in der Biologie, sondern im sozial erworbenen Geschlecht bedingt erscheinen. Das hat man wohl nicht immer so gesehen und historisch betrachtet hat man Mädchen und Burschen je nach Land sehr unterschiedlich Zugang zum Rechen- und Mathematikunterricht gewährt, wie überhaupt der Zugang zu Schule und Bildung für Mädchen und Burschen sehr unterschiedlich ausgesehen hat. Für Österreich können wir mal festhalten, dass tatsächlich erst 1962 Mädchen und Burschen im Schulsystem, also welche Schulen dürfen die besuchen, formal völlig gleichgestellt wurden. Natürlich ist davor 1962 auch immer mit unterschiedlichen Eignungen und Neigungen argumentiert worden. Und bei den Neigungen und Leistungen ist es in Österreich auch heute immer noch so, dass Burschen in der Mathematik tendenziell etwas bessere Leistungen erzielen, sich etwas mehr zutrauen und tendenziell die Mathematik auch etwas lieber mögen als die Mädchen. Aber weltweit betrachtet stimmt das so ohne weiteres nicht. Da gibt es auch Länder mit kaum bis keinen Unterschieden zwischen Mädchen und Burschen und es gibt auch Länder mit klaren Leistungsvorsprüngen der Mädchen in der Mathematik. Und neben diesen Länderunterschieden kommt es anscheinend auch erheblich darauf an, wie, also mit welchen Aufgaben und in welchem Alter eigentlich Leistungen verglichen werden. Je nachdem hat man dann größere, kleinere oder gar keine Unterschiede zwischen Mädchen und Burschen oder sogar in der anderen Richtung, als hier immer vorausgesetzt wird. Dass das also mit der Entwicklung und sozialen Faktoren zu tun hat, ist doch sehr wahrscheinlich und wird auch noch dadurch bestärkt, dass sich die Leistungsunterschiede, wenn wir jetzt mal auf Deutschland, Österreich und Schweiz gucken, in der Tat, so über die größeren Leistungsstudien hinweg gesehen, erst im Laufe der Schulzeit zu entwickeln scheint. Nimmt man da mal bei aller Grobheit des Messeinstruments die PISA-Ergebnisse her, so sind Burschen und Mädchen da sowohl im Lesen als auch im Rechnen in Deutschland und Österreich eigentlich über die ganzen Jahrgänge hinweg immer konstant in einem eher unauffälligen, sehr breiten internationalen Mittelfeld angesiedelt. Burschen sind dabei im Lesen bei PISA im Mittel immer erheblich schwächer als Mädchen und Mädchen sind da in der Mathematik immer schwächer als Burschen, aber der Unterschied ist längst nicht so deutlich wie der Unterschied zwischen Burschen und Mädchen im Lesen. Jetzt könnten böse Zungen behaupten, da wo Leistungsunterschiede in anderen Ländern zwischen Mädchen und Burschen geringer sind, da werden halt die Burschen einfach künstlich dumm gehalten. PISA lässt diesen Schluss mal sicher nicht zu. Es gibt da nämlich sowohl bei schwachen als auch bei starken Ländern jeweils solche Länder mit geringen und mit starken Genderunterschieden. Das hängt also nicht damit zusammen, dass man da Gleichmacherei betreibt unbedingt oder jemanden nicht gut genug fördert. Jetzt kommt die Gretchenfrage vielleicht, wie stark sind denn die Unterschiede überhaupt? Rein qualitativ, und das ist eigentlich eh immer so, muss man sagen, Heterogenität innerhalb der Geschlechter ist letztlich immer um ein Vielfaches größer als die Heterogenität zwischen den Geschlechtern. Wenn Sie jetzt wieder PISA hernehmen, auch wenn ich das eigentlich nicht so gerne mag, haben Sie da eine Überlappung der Leistungsverteilung von beinahe 90 Prozent. So jetzt Grundvorstellung. Das heißt also, wenn Sie die stärksten 5 Prozent der Burschen und die schwächsten 5 Prozent der Mädchen vom PISA-Test ausschließen würden, hätten Sie da in Österreich überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen Mädchen und Burschen. Dann könnten Sie die gar nicht mehr unterscheiden. Und so ist das auch schon so, dass Sie 90 Prozent der Mädchen und der Burschen von ihrer Leistung her nicht unterscheiden können. Bei den Bildungsstandardsüberprüfungen ist der Unterschied sogar noch deutlich geringer. Da haben Sie eine Überlappung von 96 Prozent. Und da hatte ich die Rohdaten. Da habe ich auch mal ausgerechnet, was der Unterschied in zusätzlich gelösten Aufgaben eigentlich bedeutet. Dieser Punktunterschied, die da steht. Was haben Sie da? 539 Buben, 532 Mädchen. Das sind sieben Punkte. Sieben Punkte sind nicht ganz ein ganzes Beispiel von 48 Beispielen. Beispielen, also so 2 bis 4 Prozent Lösungshäufigkeitsunterschied. Das ist eher nicht so gewaltig. Man sieht ja in der Tabelle auch noch, dass selbst die Bundesländerunterschiede mit 88 Prozent Überlappung nicht wirklich dramatisch sind. Wirklich stark unterscheiden sich da eigentlich nur die Lernenden an Pflichtschulen und diejenigen an der AAS. Das ist aber auch irgendwie Sinn und Zweck der Übung. Sie haben halt nach Leistung äußerlich differenzierendes Schulsystem von der fünften Schulstufe weg. Da ist das nicht unbedingt eine Meisterleistung der AHS-Langform, wenn da am Ende auch noch Leistungsunterschiede sind. Die sollen ja von Anfang an bestanden haben. Sonst hätten Sie ja eigentlich die einen nicht an die AHS und die anderen nicht an die APS schicken dürfen. Aber auch so kleinen Unterschieden, wie sie bei Mädchen und Burschen bestehen, kann man natürlich mal nachgehen. Das könnte ja immer noch unfair sein. Also was sind eigentlich die Ursachen dieser Leistungsunterschiede? Das ist jetzt ein komplexes und auch ein bisschen vermintes Feld. Empirisch jedenfalls ganz gut belegt als Ursachen sind die folgenden Dinge. Es gibt Sach- und Fachinteressensunterschiede und eng verbunden damit ein bei Mädchen tendenziell geringer ausgeprägtes fähigkeitsbezogenes Selbstkonzept und niedriger Selbstwirksamkeitserwartungen. Wobei das hier immer meint, bei gleicher Leistung wie ein Bursche schätzt ein Mädchen sich schwächer ein. Fähigkeitsbezogenes Selbstkonzept und traut sich auch weniger zu. Hat also eine geringere Selbstwirksamkeitserwartung. Dann gibt es die Außenerwartungen, also vor allem auch das. Dann gibt es die Außenerwartungen, da gehört vor allem zu, dass es immer noch Eltern gibt, die von Mädchen in Mathematik einfach per se mal weniger erwarten und da dann auch anders hinterher sind als bei den Burschen, wenn die Noten dann nicht so toll sind. Und es gibt sowas, das nennt sich Self-to-Prototype-Matching. Das meint, dass das Bild, was so Burschen und Mädchen von einer Person haben, die in Mathematik erfolgreich ist, sich für Mädchen und Burschen sehr unterschiedlich gut mit dem in Einklang bringen lässt, wie sie selbst als Person gerne wären. Das kann auch dazu führen, dass man lieber nicht so sehr in Mathematik investiert. Und dann gibt es noch Unterrichtsstile. Das meint im Wesentlichen, dass Burschen weniger Probleme mit dem methodisch tendenziell ja immer etwas eintönigen und bisweilen eher auch nicht so ausgeprägt um Sinnsuche bemühten Mathematikunterricht haben als die Mädchen. Da muss man eigentlich sagen, bin ich fast eher auf der Seite der Mädchen, aber macht halt wieder Probleme. Bei all diesen Dingen, über die wir geredet haben, sind das mittelbar oder ganz unmittelbar Dinge, die vornehmlich mit einer unterschiedlichen Sozialisation, also einem unterschiedlichen Aufwachsen von Mädchen und Burschen in Familie, Peergruppe und so weiter zusammenhängen. Daher sagt man dann auch Genderunterschiede und nicht Geschlechterunterschiede, weil das eben mit dem sozial erworbenen Geschlecht zu tun hat und nicht mit der Biologie. Hartnäckigst hält sich aber doch diese subjektive Theorie bzw. der Mythos, dass Mathematikleistungsunterschiede zwischen Mädchen und Burschen im Wesentlichen auf Raumvorstellungsunterschieden beruhen, und dass diese im Hirn angelegt seien, also quasi so biologischer Hardwareunterschied zwischen Mädchen und Burschen. Das ist eine ganz gefährliche Halbwahrheit. Es ist korrekt, dass es bestimmte Teilbereiche räumlicher Vorstellungen gibt, wo erwachsene Männer besser abschneiden als erwachsene Frauen und wo Psychologinnen wie Frau Quaiser-Pohl auch sagen, ja, dem liegen durchaus auch neuropsychologische Unterschiede zugrunde. Aber die Neuropsychologie, also unser Gehirn, ist ja auch nichts, was unabänderlich von Anfang an da ist. Das Gehirn entwickelt sich mit Lernangelegenheiten weiter. Und die Frau Quaiser-Pohl vertritt da zum Beispiel die Hypothese, dass unterschiedliches Spielverhalten in der Kindheit bereits einen maßgeblichen Einfluss haben könnte auf die Raumvorstellungen, was man dem so an Spielzeug gibt, wie und wo damit gespielt wird. Und das ist ja doch auch wieder alles sozial konnotiert und beeinflusst durch die Umwelt. Also auch da, wieder sozial erworbene Aspekte spielen da mit rein. So erheblich größeren Einfluss als Genderfragen haben sprachliche Fähigkeiten auf die Mathematikleistung. Das fängt mal ganz banal da an, wo man sagen kann, wer die im Unterricht gesprochene Verkehrssprache nicht oder nur mangelhaft beherrscht, der bekommt auch in Mathematik eher früher als später Probleme. Das betrifft im Übrigen zwar insbesondere Lernende mit Migrationshintergrund, aber auch der soziale Hintergrund des Elternhauses spielt da mit herein. Das ist auch alles eher unstrittig, eher schon, wie löst man da jetzt das Problem, wer ist da verantwortlich, soll man da gemeinsam die sprachlich Schwachen mit den nicht sprachlich Schwachen, also mit den sprachlich Starken unterrichten, soll man da spezielle Förderklassen machen oder, oder, oder. Das ist jetzt wieder eher was, wo sich die BWG drum kümmern sollen oder vielleicht sogar lieber die Politik, das ist nicht mathematikdidaktik spezifisch. Ich will hier mal mathematikdidaktisch jedenfalls dafür plädieren, A, dass auch Mathematiklehrpersonen das was angeht, ganz grundsätzlich, und dass man da auch B, nochmal genauer hinschauen muss. Wenn Sie jetzt das Sprachfach studieren, dann haben Sie zum Beispiel vielleicht schon mal von Sprachregistern gehört. Sprachliche Probleme können da einerseits mit der Alltagssprache, das wäre so ein Sprachregister, bestehen, dass man die schon nicht gut beherrscht. Das ist dann alleine im Mathematikunterricht kaum mehr zu kompensieren, und da muss man wohl auch extern gefördert werden. Dann gibt es die Bildungssprache, das heißt, in der Schule wird graduell anders gesprochen als außerhalb von Schule. Man drückt sich gewählter aus. Die Sprache ist auch deutlich weniger persönlich als in familiären Kontexten. Die hat so Elemente des Schriftsprachlichen drin. Auch da ist wieder die Frage, wer fördert das, wo wird das gefördert. Und dann haben wir noch die Fachsprache. Da kann man dann wirklich nicht mehr aus. Die Fachsprache der Mathematik muss man wohl im Mathematikunterricht lernen. Ich würde auch meinen, auch bei der Alltags- und Bildungssprache ist es eine Scheinlösung, wenn ich sage, da stelle ich halt im Unterricht möglichst wenig Anforderungen, dass da keine Probleme auftreten, weil Sprache ist eben immer nicht nur ein Medium, in dem das Lernen stattfindet, sondern der Erwerb von Sprachfähigkeiten, die Förderung der Sprachfähigkeit ist eben auch ein veritables Ziel an und für sich. Sprache mag eine Hürde sein, aber man kann doch nicht einfach alle Hürden wegnehmen. Man muss schauen, wie man den Lernenden über diese Hürden drüber hilft. Auch hier zum Abschluss noch wieder die Dekonstruktion eines sehr populären Mythos, der jetzt auch aktuell im Kontext der ganzen Zentralmatura gefühlten Katastrophe da von den Eltern wieder herausgekramt wurde. Dass nämlich Probleme mit Textaufgaben im Wesentlichen Lesefähigkeitsprobleme sind und man die wegbekommt, wenn man halt den Text weglässt. Probleme mit Textaufgaben sind nicht einfach als Probleme mit sprachlichen Nebensächlichkeiten oder mangelnder Lesefähigkeit oder Ähnlichem zu erklären. Die Ursachen liegen da tiefer und die sind in der Regel komplexer. Vielfach fehlt es da nämlich auch und insbesondere am relationalen Verständnis an entsprechend ausgebildeten Grundvorstellungen, ohne die man halt die Mathematik nicht mit hinreichender Sicherheit mit außermathematischen Situationen in Verbindung bringen kann. Und das wäre ja wichtig. Also das kann man nicht einfach weglassen. Diese fachlich-konzeptuellen Verständnismängel sind übrigens auch das, was entgegen landläufiger Meinung nach allem, was wir aus der mathematikdidaktischen Forschung so wissen, den Kern davon ausmachen, was bisweilen eher irrig als Dyskalkulie oder als Rechenschwäche bezeichnet wird. Da fetzen sich jetzt dann für gewöhnlich auch Mathematikdidaktiker und Sonderpädagogen auf der einen und Kinderärzte und Psychologen auf der anderen Seite. Mediziner und Psychologen haben in den Katalog der Teilleistungsstörungen der Weltgesundheitsorganisation dann auch die Dyskalkulie als Krankheitsbild hereingeschrieben. Teilleistungsstörungen meint da, es besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen rechnerischen und allen sonstigen Fähigkeiten. Fachdidaktiker und Sonderpädagogen stört da zum einen, dass im Rechnen Schwachsein häufig dann doch mit anderen Schwächen parallel vorkommt. Und außerdem. Hier ist ja gar kein Krankheitsbild beschrieben. Da steht ja gar nicht, woran das liegt. Da ist ein Symptom beschrieben, über dessen Ursachen nichts gesagt wird und wo gerade Mathematikdidaktiker und Sonderpädagogen dann sagen, das ist doch überhaupt nicht aufgelegt, dass die Ursachen da im Kind selbst liegen. Das kann schon auch der Unterricht sein. Das kann schon auch die Lehrperson sein. Das kann schon auch das Elternhaus oder das gesamte soziale Umfeld sein, dass da eine maßgebliche Rolle spielt dafür, dass sich da rechnerische Schwächen entwickeln. Das ändert aber insgesamt natürlich nichts daran, dass es je nach Art der Messung dann so einen Anteil von wenigstens 5 und wenn es hochkommt 20% sogar an Lernenden gibt, die ganz erhebliche Schwierigkeiten im Mathematikunterricht haben und die man dann in Ermangelung eines besseren Begriffs dann manchmal Rechenschwache nennt. Rechenschwach ist dabei aber wirklich kein guter Begriff und in PISA ist das auch nicht besser. Da heißt diese Gruppe von den Betroffenen am Ende der achten Schulstufe dann, die rechnen auf Grundschulniveau. Das ist aber gar nicht richtig, weil die haben die ganzen Verständnishürden aus der Grundschulzeit gar nicht bewältigt. Zentrale Elemente des Grundverständnisses für Zahlen, Ziffern und Stellenwerte sind da nicht erworben worden. Die rechnen also nicht einfach schlechter oder weniger gut als ihre Mitlernenden. Die sind da auch nicht auf dem Level, wo ihre Mitlernenden am Ende der Volksschule waren. Nein, nein, denen fehlt es häufig ganz grundlegend am Verständnis des Stellenwertsystems. Die wissen häufig nicht, was hinter den Grundrechenarten eigentlich für Handlungen stehen. Die können Zahlen nicht wieder in andere Zahlen zerlegen und die haben dann große Schwierigkeiten, so in Schritten von mehreren Zahlen, also in Zweierschritten zu zählen. Die versagen regelmäßig bei der Auswahl korrekter Rechenoperationen, wenn es um Sachaufgaben geht. Kurz, das ganze relationale Verständnis des Grundschulstoffes fehlt da und irgendwann in der Sekundarstufe 1 macht es dann Peng und dann klappt das auch mit dem instrumentellen Verständnis nicht mehr. und dann ist das auch schon ein Zeitpunkt, wo das schwer ist, da im Regelunterricht überhaupt noch was zu machen. Mathematikdidaktisch steht dabei völlig außer Frage, dass das nicht nur an den Kindern und den Jugendlichen selbst liegt. Es gibt natürlich neuropsychologische Ursachen. Es gibt allgemeine Aufmerksamkeits- oder Sprachdefizite. Aber auch Lehrpersonen und schlechter Unterricht sind Risikofaktoren. Auch ein Elternhaus, das falsch unterstützt und noch Ängste aufbaut und so weiter. Das sind alles Risikofaktoren, die ein Abrutschen in diesen Fähigkeitsbereich begünstigen können, ab dem man dann sagt, die sind irgendwie rechenschwach. Das gewissermaßen perverse ist jetzt hier, dass wenn man diesen Lernenden überhaupt helfen will, an denen aber letztlich doch so eine Teilleistungsschwäche im Sinne der ICD diagnostiziert werden muss, damit etwa außerschulische Förderung überhaupt bezahlt wird. Mir erscheint da noch ein ganz anderer Aspekt wichtig, bevor wir zu den möglichen Fördermaßnahmen im Rahmen von Normalunterricht, also zu Differenzierung kommen. Es gibt ja nicht einfach zwei absolut disjunkte Gruppen. Also so hier unter der Hürde haben Sie die rechenschwachen als einen homogenen Block und dann darüber haben Sie dann die rechenschwachen als den anderen homogenen Block. Beziehungsweise in Österreich glauben Sie vielleicht noch, Sie haben da dreigliedrig, also Sie haben dann vielleicht auch noch einen mittleren Block an den Mittelschulen und so einen starken Block an den höheren Schulen. So ist das ja nicht. Und deswegen ist äußere Differenzierung schwierig. Die Kognitionspsychologin Elsbeth Spederen sagt da, Leistungsunterschiede sind eben eher kontinuierlich verteilt. Sie können zwar die weitere schulische Leistung ganz gut durch Intelligenz, Interesse, Motivation und andere Dinge vorhersagen, also können sagen, ah, der ist am Ende der vierten Klasse Volksschule, ist der da und da, der wird wahrscheinlich am Ende der achten Schulstufe auch eher da und da herkommen. Aber der Haken ist halt, Sie haben von Anfang an eher so ein kontinuierliches Spektrum und nicht so größere Blöcke, wo die Leute so völlig disjungt liegen. Wenn man dann noch weiterdenkt und glaubt, beziehungsweise aus Tests auch empirisch eigentlich ganz gut weiß, dass Leistungen so annähernd normal verteilt sind, also dass es jedenfalls viele eher mittelmäßige gibt und dann immer eher wenige, die jetzt richtig viel oder richtig wenig drauf haben, dann ist es, wenn man jetzt die Schüler teilen will, in möglichst auch noch halbwegs gleich große Gruppen, notwendig so, dass sie da irgendwo in der Mitte zerschneiden. Ja, aber in der Mitte haben sie viele Leute und da reichen dann ganz kleine Leistungsunterschiede, um eher in die untere oder eher in die obere Gruppe eingeteilt zu werden. Und dann ist es eben auch nicht verwunderlich, wenn da am Ende der Schulzeit die Verteilung der getrennten Gruppen, wie wir ja gesehen haben, auch bei den Standards, sich immer noch zu 60, 70 Prozent überlappen. Leudas und Prediger bringen da hier noch eine andere Grafik herein, wo man auch schön sehen kann, dass die Leistungsunterschiede, die man jetzt zum Beispiel innerhalb einer Realschulklasse hat, das ist so etwas gehobenere Mittelschule, oder die man in einer Gymnasialklasse findet, also dass die Unterschiede, die innerhalb so einer Klasse sind, eben nicht kleiner sind als der mittlere Unterschied zwischen den Gymnasialklassen und den Realschulklassen. Und wenn Sie mal genauer hinsehen, sehen Sie sogar, es gibt da Realschulklassen, die sind insgesamt besser als Gymnasialklassen. Also Heterogenität lösen durch äußere Differenzierung ganz schwierig. Es bleibt uns also nichts übrig. Wir werden uns auch noch mit Formen innerer Differenzierung auseinandersetzen, beziehungsweise wir machen das heute etwas anders. Sie kriegen da gleich, wo es jetzt noch grau ist, einen Link auf die Pflichtlektüre angezeigt. Da werden Ihnen auf fünf Seiten, fünf, am Anfang habe ich gesagt vier, sind aber fünf prototypische Formen der Differenzierung vorgestellt. Schön, dass Sie wieder da sind. Zur Einordnung. Prediger und Leuners nennen zunächst einmal drei Qualitätskriterien, denen alle Differenzierungsmaßnahmen im Mathematikunterricht genügen sollten. Das sind Adaptivität, das heißt, differenzierte Angebote sollen auf Fach und Lernende optimal abgestimmt sein. Das hat aber praktisch Grenzen, weil man ja a, das Wissen und Können der Lernenden auch nicht ständig erheben und so ganz genau kennen kann und b, selbst wenn man das könnte und wüsste, man sich wohl trotzdem nicht 30 verschiedene Niveaustufen für Parallelaufgaben und so weiter überlegen kann, wenn Sie 30 Lernende haben. Also ganz optimal kann das ja gar nicht sein. So, dann richtig, richtig wichtig ist Verstehensorientierung. Das meint jetzt wieder, dass kein Differenzierungsangebot qualitätsvoll ist, was die sogenannten Schwachen auf das bloß instrumentell operative Verstehen von Verfahren zurückdrängen will. Sondern jedem und jeder muss ein Angebot gemacht werden, an seinen oder ihren spezifischen relationalen Verstehensproblemen produktiv weiterzuarbeiten. Und kognitive Aktivierung meint dann schließlich, dass man sich einerseits nicht so ganz rein rezeptiv, sondern aktiv mit dem Stoff auseinandersetzen soll und dann nochmal, auch schwache Lernende sollen Probleme lösen. Leichtere Probleme halt. Die sollen argumentieren. In leichteren Fällen halt. Die sollen interpretieren und die sollen darstellen werden. Und sollen nicht auf das Verfahrenslernen beschränkt werden. Was ich in diesem Buch, aus dem das ist, von Lolders und Prediger, was ich hier sehr empfehle, dann auch noch sehr überzeugend finde, ist so eine Art Entscheidungsmatrix für Differenzierungsangebote anhand von so Leitfragen, die auf das Kürzel Zafe zusammengefasst werden können. Erstmal, Differenzierung kann verschiedene Ziele haben. Sie kann adaptiv auf optimale Förderung möglichst aller Lernenden angelegt sein oder aber darauf eine ausgleichende Förderung zu betreiben. Sie kann also darauf abzielen, Heterogenität abzubauen und andererseits kann sie auch darauf abzielen, diese zuzulassen und wertzuschätzen, ja letztlich sogar diese vielleicht zu erhöhen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, weil das ist ja so ein bisschen widersprüchlich zielkonfliktig, was ich da gerade gesagt habe. So, Heterogenität betrifft verschiedene Aspekte des Mathematiklernens und auch der Lernenden, sowas wie Leistung, Interesse, Zugangsweisen, Sprachkompetenz. Das sollte dann wohl auch eine Rolle für die Auswahl der Differenzierungsangebote spielen, weil je nach Aspekt, also Leistung, Interesse, Zugangsweise, Sprachkompetenz, wird halt der eine Prototyp oder das eine Angebot besser passen als das eine oder das andere. Differenzierung kann in verschiedenen Formaten realisiert werden, damit mein Prediger und Leulers im Wesentlichen, dass die Verantwortung dafür, wer jetzt das passende Angebot für den Einzelnen im Rahmen eines bindendifferenzierten Unterrichts festlegt, bei den Lernenden selbst liegen kann, das wäre etwa bei diesen selbstdifferenzierenden Aufgaben so, oder aber mehr oder weniger stark bis hin zu vollständig in der Hand der Lehrperson liegt. Also das wäre zum Beispiel so bei diesem Abteilungsunterricht. Schließlich betrifft Differenzierung den Unterricht auf unterschiedlichen Ebenen. Lässt man am Unterricht eigentlich alles wie immer und tauscht nur die Beispiele gegen differenziertere Formen aus? Traut man sich auf neue methodische Formen zu, wie so individualisierten Unterricht oder Abteilungsunterricht? Oder greift man sogar in die langfristige Struktur von Unterricht ein mit Jahresplänen oder sogar Modularisierung des Stoffes? Was dann sogar Folgen haben könnte dafür, wie man Versetzungen und Sitzenbleiben intelligent oder nicht so intelligent organisiert. Aber da verlassen Sie dann langsam auch den Bereich, wo das überhaupt eine einzelne Lehrperson oder eine einzelne Schule noch entscheiden und umsetzen kann. Wir wollen zum Schluss, jetzt wirklich versprochen, ganz kurz noch schauen, was es mit den Differenzierungszielen und dem Gegensatzpaar adaptive Förderung, ausgleichende Förderung auf sich hat. Erstmal bildlich, denken Sie sich hier in beiden Grafiken mal die X-Achse so als zeitlichen Verlauf und Y-Achse Leistung von zwei Gruppen von Lernenden. Ausgleichende Förderung würde immer bedeuten, dass man Leistungsunterschiede zu verkleinern versucht. Damit das funktioniert, muss man die Schlauen auch nicht unbedingt dümmer machen, als sie vorher waren, aber man muss dafür sorgen, dass der Lernzuwachs bei den Schwachen größer wäre als bei den Starken. Das wäre das linke Bild. Adaptive Förderung, also jeden nach seinen Voraussetzungen bestmöglich fördern, dürfte hingegen eher zum rechten Bild führen. Die Unterschiede werden da tendenziell größer. Die biblisch Bewanderten kennen das Matthäusprinzip. Diejenigen, die schon mehr können und wissen, lernen in der Regel auch künftig besser, schneller, verstehen mehr, können mehr wissen und können erwerben, als diejenigen, die schon bislang weniger wissen und können erworben haben. Das kann und muss man auch irgendwie akzeptieren, wenn man denn sicherstellen kann, dass dieses Endniveau, wo da die Schwächeren landen, immer noch etwas ist, wo man sagen kann, damit kann ich aber eigentlich auch noch ganz gut leben. Den prinzipiellen Widerspruch zwischen adaptiver und ausgleichender Förderung bekommen sie jedenfalls nicht weg. Aber Rediger und Leuders differenzieren da jetzt dann halt nochmal, Regelfall soll mal die adaptive Förderung sein. Also alle Lernenden, Stärkere wie Schwächere, bekommen ein plausibles Arbeitsprogramm und auch für Schwächere fehlt nichts Wesentliches. Man nimmt dann aber in Kauf, dass die Unterschiede größer werden. Für den Bereich, den man als absolut unverzichtbares Grundwissen und Grundverständnis ansieht, ist dann aber ausgleichende Förderung angesagt. Für definierte Mindestziele ist ganz gezielt etwas für schwache Lernende zu leisten. Und Heterogenität kann darüber hinaus in manchen Fällen auch nicht nur wertgeschätzt werden, sondern sogar produktiv genutzt. Nämlich da, wo es darum geht, vom reinen Durcharbeiten von Routineaufgaben wegzukommen und wo offenere Probleme in den Unterricht kommen. Da werden dann verschiedene Denkstile, Ansätze und Darstellungsweisen automatisch zur Bereicherung und Sie werden Heterogenität ausballen wollen, weil Heterogenität heißt dann nicht mehr und weniger, sondern die heißt einfach Vielfalt in dem Fall. Das wäre jetzt auch ein tolles Schlusswort zum Sonntag gewesen, nur habe ich hier beim Aufnehmen eh schon Sonntagabend. Deswegen zeige ich Ihnen hier noch die Folie, wo draufsteht, welche der von Ihnen in der Pflichtlektüre erarbeiteten Prototypen für welche dieser Differenzierungsziele besonders geeignet erscheint. So, schauen Sie sich jetzt mal durch. Das war es dann jetzt wirklich. Ich kann jetzt hier mein TV-Studio noch abbauen, Sie beantworten noch ein paar letzte Fragen und dann war es das für dieses Semester insgesamt mit den interaktiven Videos. Es war mir wie immer ein Festessen und wir sehen uns dann vielleicht im kommenden Semester wieder bei der Didaktik der Geometrie beziehungsweise haben wir auch noch zwei Präsenzsitzungen vor uns. Also, Servus, Bussi, Baba, ich habe Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020